Guten Tag, heute am 11. Januar 2018. Es ist kurz vor 13 Uhr. Ja, und wir haben richtig schönen Wind, wir haben schöne Wellen, wir haben aber auch Sonne und viel Sand hier in und an den Dünen von Maspalomas. Es sind 21, 22 Grad. Es sind 20 ... Das war's für heute. So, und mit diesen Bildern verabschieden wir uns und sagen Asta Manana.